Ja und herzlich willkommen zurück bei Trouble in Terrorist Town, hier auf einer Lost Map, das soll ich sagen. Mit dabei sind Fisk, Krabs, Daluca, Dadosch, Anonymous, Chico, Craft, vielleicht Nephias, Nils, Bozza, Vita und Mrs. Kun dran. Wer hat die denn dann wiedergefunden? Unglaublich. Ich such meine, warum? Ich muss wegen mir jetzt den Knopf drücken, wo muss ich hin? Oh, 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 Alter. Echt mal, wo müssen wir denn jetzt den Knopf drücken hier? Ey, das war, das war erst recht, wir sitzen vor den Maps eigentlich noch einmal so sehr. Nefi Freisammel, überlegen so die Witze. Denk dran, bei 7,32, Gero, da muss ich... Werde ich jetzt direkt getötet, wenn ich sage, ich habe Lost nie geguckt? Nefi, ich habe Lost auch nicht geguckt. Nicht die krasseste Serie, aber in der Welt. Und sollte Goro da schon tot sein, muss Nils den bringen. Und sollte der auch tot sein. Gibt so eine Reihenfolge. Alter, lass mich in Rogoro. Lass mich in Rogoro. Geh raus, leg die Acht hin und geh weg. Oh Gott, oh! Ich glaube, da ist Krabs runtergefallen. Nein, das stimmt doch überhaupt nicht. Dann ist das bei Lost noch von einem Bücherregal erschlagen worden. Die Krabs sind schön in Grants. Krabs musste hier wirklich die Nummer eintippen, Krabs ist wirklich im Untergrund gewesen. Ey, hier kommt auf einmal Goro bei und der wusste, wo ich bin. Goro ist es, Leute. Oh, ne Shotgun. Ja, Goro, komm doch her. Oh Gott, ich bin im Chat. Alter, hier liegt ein verkohlenes Kind. Wie krass ist das denn? Geh da rein, ich muss den Knopf drücken. Also, wer mir die Folgen nennen kann, die hier nachgefahren werden, der kriegt ein Like von mir. Anne, geh noch mal in den Raum mit dem Kind. Was passiert denn? Wo ist das denn? Ich weiß nicht. Hast du es gefunden? Ich will dich töten. Ich hab immer noch Lack. Goro ist safe. Geh du mal rein. Anne, hast du gefunden? Äh, nee. Hä, wer war denn grad mit mir in dem Zimmer drin? Ich? Aber welches Zimmer ist denn das? Da, da wo das Kind auf dem Boden liegt. Das, das die Puppe, die dieses DNA kommt. Die verbrannte, genau. Was mach ich, wenn's rot ist? Die tote Leiche. Jetzt stell dich mal so hin, dass du den Schrank siehst. Andersrum. So. Das ist vielleicht Nephi. Glauben das nicht. Lass mal Nephi töten. Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Der Dezember hat mich erschrocken. Wenn er sagt, er ist das nicht. Ich frag mich grad, woher ich so viel Schaden hab. Ich hab dich abgeschossen. Der steht auf einmal neben mir, als ich den Trailerraum geöffnet hab. Kundran ist es, oder? Das ist nicht ein Map aus American Pie? War es Kundran, Leute? Ich hab auf jeden Fall hier Dardosch gefunden. Aha. Komisch, dass du Dardosch... Hallo? Ah, Goro tot jetzt? Alles klar, er hat Goro gekillt. Kundran ist es. Und Goro ist jemand. Nee, es ist Kundran. Ich bin mir auch hundertprozentig sicher. Alter, was tut die... Da ist er! Nee, ich hab die DNA und der Trailer hat auch die... Kann man da runter? Nachricht gekriegt, dass ich die DNA hab. Ja, hat er. Ach, du warst das. Ja, hat er doch angesagt, dass er das war. Nephi ist da hinten, Nils. Au, der Fernseher hat mich angegriffen! Wo? Da in dem Haus, da hinten. Nee, ich suche den vielleicht Nephi. Ja, da drin ist er. Du suchst vielleicht Nephi. Warum suchst du vielleicht Nephi? Hinten links. Nein, den vielleicht nicht. Nicht, vielleicht Nephi. Nils ist es auch hier, aber... Wie, wieso? Anne ist da... Hinten links, die Tür ist abgeschlossen, Alter. Nils ist es nicht. Nils ist es nicht. Nils ist es nicht. Deadwinger. Die Tür ist wirklich abgeschlossen. Da kommt er nicht raus. Alter, ey. Da ist er! Der ist doch drin! Im Schrank, glaub ich. Im Wandschrank. Schieß doch mal raus, Harry. Wir wissen, dass du... Ah! Geht da weg, der explodiert. Der war doch längst tot, Alter. Der war doch nicht sicher. Der war im Wandschrank. Wer ist denn jetzt alle safe? Nils? Dalu auch, oder was? Woll! Wir haben den Wandschrank durchlöchert. Oh mein Gott! Ist Goro gestorben? Der Deadwinger ist Nils gestorben. Ey, wer hat Nils getötet? Ja, der Deadwinger. Äh, der... Fade. Bist du hier sicher? Ja? Ich gebaden. Rans, kannst du das nur bestätigen? Na, kann ich nicht. Dalu ist noch nicht 100% safe. Komm, Goro, komm mit mir schnell. Nicht umdrehen! Übrigens, einer der Trader ist Vida. Sind die Schaukeln hier gefährlich? Die sind irgendwie gefährlich. Da ist sogar Seife in der Dusche. Oh, nicht die Seife aufmachen, das kostet mehr. Gebt die Seife auf, Shigo. Man kann sie, glaub ich, nicht aufnehmen, oder? Ne, das ist Ando. Spiel mal nicht. Der Spiegel ist kaputt. Rans, hier liegt ein Bild von uns beiden. Ja, dann schieß doch Dalu. Hab ich doch. Von unserer Hochzeitphase. Zeit mal. Oh, Bita wollte ich kippen. Wer ist der Junge? Wer ist der Junge? Wer ist der Junge? Das ist ein Mädchen. Das ist ein hässliches Mädchen. Ey, da rennt irgendjemand. Lass dir das nicht gefallen, Vida. Ey, Anne und Vida sind es. Vida schießt auf mich. Ich hab's gesehen. Aua, da reingeschossen. Aua. Dalu hat mit dem Friendship da rum geballert. Rum geballert? Ja, da kommt eine Granade rein, was ist das? Eine Brand, ihr Mörder! Du hast auf mich geschossen. Vida lacht so fies, ey. Lebt noch ein Detective? Fisk? Hab ich nicht, Fisk hat noch gesehen. Weiß ich nicht, ne? Wurde also bestätigt auf jeden Fall. Vida, bleib mir fern. Warum? Hast du gerade Dalu getötet? Dalu ist doch nicht tot. Und wenn hat er was verdient? Warum? Ja, hier ist Rauch. Dalu habt ihr Dings da gehabt. Dalu ist hier grad noch rausgegangen, ja. Hast du reingegangen, willst du? Nein, Sir. Also ihr beiden seid die Letzten. Sehe ich das richtig? Das weiß ich nicht. Siehst du da mit deinem Radar? Kunran ist doch da, weil der läuft ja an Leichen vorbei. Kunran ist tot. Ja. Vida läuft ja auch an Leichen. Er war Traitor, wenn du jetzt auf mich schießt. Wieso Traitor? Ich seh nichts von identifiziert. Also hier ist ein Melon Launcher. Hier die ist für dich. Und jetzt siehst du, dass er Traitor ist. Okay, dann schiebe ich mich weiter. Ich hab nie gesehen, dass er an den Leichen hier vorbeigelacht ist. Also ihr beide seid die Letzten. Ja, dann ist es Anne. Wo ist sie? Ja, hallo? Du glaubst ihm das einfach so? Bist du bescheuert? Ja, er war doch hier drin abgeschossen. Also es ist Anne. Wo soll er das denn wissen? Also es ist Anne. Leute, es ist Anne. Es ist Anne. Knallen sie ab. Jetzt bin ich wieder unsicher. Alter. Nein! Ja, Krabs wurde noch angezeigt. Ja, Krabs wurde noch angezeigt. Ja, aber auch noch da. Ja. Ja, aber es war ja... Es war ja nicht... Krabs wurde nicht, aber... Hey, Krabs war da schon klar. Ja, aber Krabs wurde auch schon... Krabs war der allererste, der tot ist, nachdem Brances gesagt hat. Ja, bei mir wurde noch als lebt angezeigt. Ja, aber trotzdem vom Kontext her war er schon tot. Ich wurde hier vom Regal fast erschlagen. Und Dalu konnte den Friendship Beam hier nicht geschossen haben, weil er im gleichen Raum stand wie das Ding. Hä, du hast ihn doch selber beschuldigt. Ja, natürlich hab ich. Und dann hab ich auch den Herrn geschossen. Ich muss den Knopf drücken. Dalu kann sich sowas merken, das ist wie beim Karten spielen. Ach. Weil es erzählt die Karten. Wie Krenz? Er erzählt die Karten halt wirklich, dass Boro auf einmal weg war. Nebeneinander so. Aber Nancys Mann fand das super. Das war zu gut. Nancys Mann hatte Spaß, der ist cool. Der war wirklich cool. Was, der hatte Spaß? Nancys Mann ist echt cool. Und dann hat Nancy ihm den Spaß genommen. Einen Kauf hier, oder was? Durfte er nicht länger karten. Er hatte da grad ne Siegesserie. Boster, bitte über du? Er hätte gerne noch weiter gemacht. Ne, er hätte noch weiter gespielt. Das ist ein DNA-Scanner. Never leave the table when you're in a leader. Wart mal, Boster. Wart mal stehen. Wo ist der Traitor? Karte, Boster, hör auf dich. Detective. In die Haus ist der Traitor. Da hinten ein Kunde dran. Ja? Hier drin ist eins. Hier drin ist eins für dich. Oh, hast mal ne Waffe. Leute, es ist Fisk. Wieso bin ich das denn? Hey! Das ist mein Duo! Ja, ich hab was für dich. Wir müssen was die Knöpfe hier machen. Was machst du denn da? Ich muss aber erst zum Detective. Hier. Hier was. Der war schon mal sehen. Der war schon mal sehen. Da! Es ist ein Fettikächer. Johnny Roger? Dann geb ich's Anne hier. Jolly Roger. Das ist die Überwachungskraft. Ach so, schade. Anne ist stuck! Siehste? Oh, Alter! Oh! Da hat sich nichts geändert. Fuck! Doch, aber nett. Hier geht gleich irgendwas ab. Fisk. Hä? Oder auch nicht. Ey, Vita, guck mal. Ich bin raus. Fisk. Kennt einen auch die Nummer zufällig? Welche Nummer? Fisk. Von hier, von Lost. Die man mal eingeben musste. 15, 16, 23, 42. Was? Lebt Fisk noch? Viel Spaß. Ich geh da mal. Ich glaub ich hab Fisk mit ner Melonen gebraucht. Wenn ich tot bin, ist es... Nee, Evi. Ich mag das Karussell dadurch. Noch Fisk, wenn du noch lebst. Wie war's? Vier, acht, fünfzehn? Ui! Vier, acht, fünfzehn, sechzehn, dreiundzwanzig. Ich hab Geld gefunden. Fisk? Dalu? 16. Dalu? Dalu? Nein, nein, nein. Auch nix. Vita hat gesagt, Dalu ist es. Ich glaub ich hab Fisk getötet. Das war ein Panikmoment. Was? Das ist doch hier der Dings. Wuuu! Ja, aber ich find ihn nicht. Gott. Mach's Bettler weg. Ich hab das Spiel durchgespielt, ich hab ne Banane. Banane. Wo ist Fisk? Banane. Banane. Oh, wer schaukelt denn da? Kann ich mir die Mütze aufsetzen? Ich hab geschaukelt. Ey, die Schaukel dreht sich immer noch. Das macht keinen Scheiß. Ah, wir sind ausgebrochen, Vita. Was? Wo geht's hier hin? Echt? 15.000 Dollar? Echt? Das war's? 15.000 Dollar. Das ist die Banane. Achso, du hast die jetzt. Bisschen übertrieben, oder? War richtig cool. Schreibst du mir dann auch eine gute Amazon-Bewertung, ja? Ja, sicher. Amazon? Was soll ich denn mit dem Mineralwasser hier? Es ist Niel. Jetzt hab ich gefragt. Es ist Niel. Lass mich raten. Es ist Niel. Niel fährt. Niels. Niel. Niel Gipsen. Niels ist doch hier grad lang gelandet. Es ist der Doppler-Effekt. Niel. Da rennt Goro noch, der Lügner. Ich hab Fisk getötet. Was hast du getan? Ist Fisk tot schon? Wer ist dieser Fisk? Ich weiß es nicht, aber ich glaub, ich hab ihm in der Mitte... Dadurch wird hier abgeknallt. Ich weiß aber, ob er zuerst geschossen hat. Der Türrahm, Alter. Der Türrahm. Ich glaub, Niels war's. Ich hätte dich sonst gerecht, Dadurch. Aber ich war mir nicht sicher, wer zuerst geschossen hat von euch. Was? Kannst du mich heilen? Warte, hier wird ganz scharf geschossen. Hatte er was Geiles? Weg da, weg da, weg da, weg da. Ja. Das war Niels. Ja, aber jetzt hat doch grad einer noch weh mit der Shotgun erschossen. Nee, kann ich nicht. Niels wollte auf Dadurch schießen, aber der war ein Türrahm. Es wär cool gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Chico? Ja? Kann ich nicht. Hier ist noch ein André. Besorgt mir einen Pfund, dann kriegt er einen. Hier, Mann schreit. Hier ist noch ein André. Ich hab doch einen. Dadurch, wo bist du? Äh, bei Chico. Hilft ihr das? Mal los Fenster auf. Kommt hier die Pfanne, nicht die Mama. Alter. Das war witzig. Das war witzig. Das war witzig. Das war witzig. Roster schmeißt nicht die Mama. Ach, da kommt noch die Bananengranaten. Aber Dadurch war doch grad hier noch drin. Okay. Er ist über den Stuhl gestolpert. Diese Grips gewesen. Der ist da rausgerannt. Nein. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt, Freunde. Ja. Voll da drin. Ich bin hier rausgekommen. Oh mein Gott. Du bist an dem Sessel hier gestorben. Du bist hier über diese Ecke gerannt und dann ist der voll weggefällt und hat dich gekehlt. Es sah ungefähr so hier aus. Uah. Aua. Ja. Es ist ein Leben von uns. Er ist auf jeden Fall ein Happy Object. Genau. Er wollte dich eigentlich heilen. Also Stuhl da. Alarm. Alarm. Ja. Oder ist er am Fate gestorben. Das war echt Zufall. Nein. So lange kann der Fate noch nicht dauern. Happy Object. Er ist geprop-killed worden. Er ist geprop-killed worden. Stabile Rundlage? Füße hoch? Oder was? Komm schon, dass wir das nochmal nachstellen. In den Sessel dahin. Warte, ich krieg den Sessel noch. Warte. Sag, wenn Dardos reinkommen soll. Oh, warte. Dardos kann gleich rein. Der umgesesselt. Er ist der Sessel glaube ich gerade. Nein. Wir glauben wie die ist. Crabz ist es. Crabz ist es. Crabz ist es. Crabz in der Küche. Oh, ich bin Trader, Leute. In der Mitte. In der Mitte ist er gerade. Habe ich. Gut gemacht, danke. Wer war's denn jetzt? Ich habe genau nicht beobachtet. Crabz hat sich gerade reingegangen. Crabz in der Küche. Oh, shit. Ah, okay. Ja, weil Goro mich, keine Ahnung, ins andere Universum teleportiert hat. Warum bist du hingeflogen? Du hast mich mit der Melan irgendwo... Du hast einen Abgang gemacht, ne? Ja, ich habe einen Abgang gemacht. Genau. Alleine von der Aufnahmesession müsste Dardos schon Worst of zusammenschneiden. Das war echt bitter, Dardos. Ich wollte dich heilen. Ja, ich war... Er hat seinen großen Zeh am Stuhl. Ja, das war auch echt fehl. Ja, das war auch echt fehl. Das tut schon richtig hilf. Das tut schon richtig hilf. Oh mein Gott. Lass mir das lieber, ey. Nein. Pass ab, das gibt doch Spätfolgen. Ja, das ist Nefi. Es ist Nefi. Es ist Nefi. Boah. Wie konnte das denn jetzt passieren, Nefi? Oh Gott, ey. Nefi am Namen. Einfach getötet werde ich im Traitor-Tester bin. Ich glaube, Nefi... Ey, Nils! Das ist eine Vermutung. Zieht er auf einmal die Schotter? Oh! Ich glaube, er tötet weiter. Was ist da los? Wo ist er denn? Geht das? Tür am Bagger, Josh. Oh Gott. Alter, hier ist einer! Hier ist einer tot! Ja, das wird wahrscheinlich das Opfer von Nefi sein. Was? Nefi stammt doch schon confirmed. Was war ein Hedgehog? Achso. Ja, dann bist du es auch. Geh in den Traitor-Tester. Wo ist der? Da vor dir. Oh nein. So, Grants und wer ist der Letzte? Iiii, zum Teufel. Hier, steig ein Vita. Ich hab einen Goro beigefunden. In den Schirm. Letztes, Anne. Du hast doch bitte gekriegt. Was? Okay, dadurch ist es. Ach, wie rein? Ich bin zu dick für den Schirm. Bin dran. Panik ansteigen. Nee, du bist nicht drin. Nee. Oder Anne. Ich bin zu dick dafür. Oh. Oder zu einer flachen Seite reingehen. Anne macht mich gleich. Ah, okay. Was? Ich mach... Anne beleb Nefi wieder! So. Danke, Anne. Ah, Hilfe! Ich bewege mich! Au, Affe! Mir weh geteilt. Leute, knallt Anne ab! Alter, habt ihr... Oh Gott! Ah! Oh Gott! Ah! 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 Was ist da los? Oh Gott, ey. Oh Gott! Oh Gott, ey. Was ist für die Runde, ey. Ah, man... Oh Mann! Oh Gott! Oh Gott! Ah! Ich war da grade am shoppen, ich glaub, der andere knallt mich einfach. Das war ein Doppelgänger! Haha, Fade regelt. Ich hab das echt nicht geschafft. Der hatte doch den scheiß Skin nicht. Huch. Passwort, please. Das hab ich echt nicht geschafft. Eins, zwei, drei, drei. Da hab ich aber Glück gehabt, dass Nils diesmal echt wohlgesonnen war. Ja. Nils, warum drehst du den nicht einfach um, wenn du schießt den? Ja, du hättest doch in meiner Situation genauso gehandelt. Ja, ich hätt sofort geschossen. Nein, hättet ihr nicht. Doch, sofort. Jeder hätte ... Es ist egal, was der gemacht hätte, sonst hätt ich mich besch... Ja. Ja, dann lass ich ... Helm, reib zum Abschuss. Das ist ne geheime Sprache, er kauft gerade krass. Goro ist hier ... Ich mach Boss ... Du hast geschossen, Mann! Ich bin ja auch ... Aber du bist nicht mein Ziel. Hör mal auf, hier ist der ... Darf ich dir das so ernst nehmen? Das ist ein Hut? Ernst ist das? Dalu hat auf uns geschossen. Boah, das hieß? Ich hab ihn in die Richtung geschossen. Nee, die ist im Trailer-Raum hier. In die Richtung. In die Richtung. In die Richtung. Nicht schief, weil es aus dem Kind drauf sind. Festes Glas? Jetzt? Nicht mehr. Ja. Okay, also nein. Ich tress nicht. Hast du den Shotgun? Nee, geht kaputt. Oh! Ich brauch ne Shotgun. Aber warte mal, so kommt man in den Raum rein. Ey, das ist gut. Oh Gott. Ich hab auf Goro geschossen am Anfang. Jetzt geht noch die Tür auf. Nein, nein, ganz am Anfang. Aber just for fun war das. Juhu, die Seife. Ne Zelle. Ist sie noch mehr? Okay. Wenn ich sterbe, ist es Dalu. Gar nicht. Ah nee, du kannst nur aufmachen. Haha. Aber ich glaub, du kannst selber aufmachen mit E. Ja. Aber kannst du es abschließen so mit dem Knopf drücken? Warte. Jetzt hab ich. Ja. Haha. Ja. Ich bin sicher hier unten. Aber ich kann dir abhauen. Ne, ich kann abbrechen. Äh, ausbrechen. Genau. Hallo. Dalu ist es. Nein, nein. Dein Name wird nicht angezeigt. Aua. Dann ist es Nephi. Hinter dir, hinter dir. Was? Wer ist das? Ich weiß es nicht. Ich seh keinen Namen. Nein, in die Zelle. Mach zu. Ich bin weg hier. Hau ab, hau ab. Dalu, 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 Dalu. Nein, Dalu, mach Licht aus. Die kommen uns hinterher. Kommen wir jetzt raus hier? Kommen wir wohl raus? Wo kommen wir wohl raus? Keine Ahnung. Im oberen Raum. Hi, Detective. Nein, 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 nein. Shit. Wenn du jetzt noch vorbeischießt. Dadosch, warum brennst du alles ab? Hast du schon zweimal geschossen? Wollte auch nicht. Ne. Alter, hier sind die jetzt alle. Da hast du noch einen. Ich hab noch einen. Da, 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 da. Dadosch war's. Dadosch ist vom Haus gefallen. Dadosch ist der Burner. Warte, was? Dadosch ist der Burner. Botzler hat geschossen. Ja, ich weiß. Ich wollte aber die Waffe wechseln. Ja, ja. Da liegt ne Leiche. Da liegt ne Leiche. Da liegt ne Leiche. Dadosch ist es. Dadosch ist es. Dadosch ist es dann. Aber auf wen hat er geschossen? Ich hab den DNA-Scanner. Juhu. Dann scan mal. Ja. Ja. Es muss aber eigentlich Dadosch sein. AWP. 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 Und? Einmal still bitte Dadosch. Anne und Dadosch, ihr könnt euch duellieren. Danke. Also momentan zeigt sie noch auf Vita, aber sie ist noch nicht aktualisiert. Ähm, warum erschießt sie denn dann nicht, Anne? Hä, was? Weil ich Traitor bin. Warum erschießt sie denn dann nicht, Anne? Weil ich Traitor bin. Ja, okay, dann töten wir dich. Ja. Ein Problem. Ja, mein Gott. Herr Botzt, entweder du oder Vita. Wer, ich oder Vita? Die DNA ist genau zwischen euch. Vita, wenn dann. Ey, wieso schießt du auf mich? Vita hat... Ja, er hat den gekillt. Er hat Grenz gekillt. Vita hat Grenz gekillt. Er hat die DNA ist bei ihm. Ey, ihr glaubt dem auch jeden Scheiß, ne? Ihr Idioten. Ups. Ah ne, das ist Chigo. Wo ist Dalu? Da ist, da ist ein Traitor explodiert. Chigo, sag was. Hä? Okay. No! Oh mein Gott! Sorry! Wir waren jetzt Traitor. Gut gemacht, Vita. Na, Dalu. Vita? Boah, ich hab so schön gekillt. Vita war's nicht. Ne, Vita war's nicht. Oh Mann. Und wieso knallst du mich ab? Ist die Taube jetzt an dem Pfosten oder an dem Stuhl hängen geblieben? An dem Verandafosten. Vita hat mich getötet, Leute. Ey, du bist... Aber nur indirekt, weil ich die Golden Deagle gegen ihn genutzt habe. Ja, ja. Das hab ich mir schon gedacht und dann hab ich ja direkt gesagt, Vita hat dich getötet. Naja. Dieser Moment in dem Kundenranse sagt, Moment mal, wieso läufst du überhaupt von der Golden Deagle weg? Anne, die DNA war von dir, ey. Natürlich. Die wifelte Runde ist das jetzt bei euch. Muss sich schnell alle anderen aufgeben. Und dieser Session ist ein klarer. Weil mich keiner auf sie geschossen hat. Sie stand auch noch daneben. Das ist okay. Ja, vor allem hat das die ganze Zeit schon die AWP'n, der hat... Da hab ich mich schon gewundert, warum du nicht früher erschossen hast. Ne, ich hab dich nicht umgebracht. Ja, das stimmt. Obwohl ich Tracker war und du mein Target warst. Echt? Echt? Ja? Hast du echt nicht geshoppt? Nein! Warte, du bist einfach schlimm gerade ausgelaufen. Die wifelte weiß ich nicht, aber auf jeden Fall 20 Minuten. Anne! Anne! Ja! Was machst du denn da? Au! War noch gar nicht gespawkt grad. So, komm, die Kantine! Alter, was ist hier passiert? Komm einer in die Kantine, jetzt essen hier. Go, bye. Mach dir hier nur. Yes! Yes! Hier ist einer tot bei allem. Sag doch, was ist das? Das hier ist das Happy Meal. Das ist ein Happy Meal. Bananenbombe. Peng. Ey! Ey! Was ist denn hier? Hier deine Happy Meal. Go, go! Nefi. Hey Nefi, ist es! Er hat dir den Detective gekillt neben mir. Das ist aber nicht schlimm. Leute! Oh fuck, ich kann mich nicht bewegen. Hallo, gibt's noch einen Detective? Fisk, lebst du noch? Ich lebe noch. Hey, Fisk, vorsichtig! Komm mal zu Shigos Leiche, bevor es zu spät ist. Sushigos Leiche, wo soll die sein? Hier, ich hab ein Detective gekoilt. Hier drin. Es war Kondran. Was? Hier drin, in diesem... Wie sagst du warst du zu dem Friend? Friendship. Warum? Und jetzt? Weil du die DNA schlankst mit deinen anderen an. Der ging hier auf eine komplett offene Fläche. Die sind ja alle tot. Hören zu, nicht in meiner Kantine. Botzer, Botzer, Botzer! Ich hab ne Überwachungskamera in meiner Kantine. Du dürft mich hier nicht töten. Oh, da wurde jemand von dem Dach geholt. Botzer und Nils. Das ist gemein, ich hab keine... Nein, Nephi. Nicht ich. Nils! Booyah! Booyah! Du Sau! Wo warst du, ey? Komm schon! Pfff! 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 Hallo? Pfff! Ich hab leider kein Radar mehr, das ist echt gemein. Dann sitz ich jetzt hier. Du willst mich nicht finden. Du weißt wie Merkel, er sieht das aus. Pfff! Pfff! Pff! Aber nee, wie ist das? Hallo? Ich hab keinen Radar mehr, ich weiß nicht, wo du bist. Bist du der Letzte? Ich denk schon, ja. Das weißt du doch, komm. Ja, guck doch auf Tab. Ja, da leben doch alle. Also bist du der Letzte? Ich weiß aber, wo er ist, Leute. Hallo? Ach nee, viel Wort wird hier. Bleib ich hier drin, wenn ihr noch zu drin seid? Hä, wie ist denn der Leiche? Da drin. Ach, im Traitor Room. In so einem Wandschrank ist er drin, ja. Ah, das ist der Traitor Room. Hat noch einer eine Bombe? Warte, was war denn die neue G-Hat? Nein, läuft. Nee, ist gut. Okay. War das hier die John-Bomb? John Cena. Ja, ja, die John-Bomb. Da steht er. Geht das durch die Wand, wenn ich das hier mache? Ja, schieß durch die Scheibe. Das geht. Nein, ich will die Scheibe. Ah! Ich dachte, du wärst hier in diesem Wand. War ich auch erst, aber ihr habt ja eine Stunde gebraucht. Ja, du noch auch. Ja, mein Ziel wurde leider nicht mehr angezeigt. Frei mich mehr. Hey, frecher. Ist die Runde endlich zu Ende. Na, Kaktus, küsst mich, los. Wie konnte ich eigentlich Shigo töten, ohne dass das jemand gemerkt hat? Anne, jetzt lang ich lieber auf. Ich hab's gemerkt, aber ich hab nicht gesehen, wer es war. Ich hab den Detective gerufen, aber kein Arsch ist gekommen. Ich wollte ja, da hat Nephi mich getötet. Mit der Taube bist du draufgegangen, oder was? Ja, mit der Taube. Ja, scheiß Polizei. Mach deinen Job mal besser, Eiko. Mach du mal deinen Job. Ich seh den neuen Job. Warte, ich hab doch Shigo gekehrt. Ich hab auch noch die alten Models, also. Bistole, aber... Ja, okay. Die alten Models, die Waffen liegen... Bin ich hier unsichtbar? Achso. Ich hab das noch nicht gesehen. Ja, und ich bin hier unsichtbar auf den Maps nicht eingestellt. Achso. Bin ich unsichtbar? Dadurch sind gut hermig sind es. Teleportiert. Willkommen hier. Hallo Vita. Vita. Ich trau mich nicht. Vita. Wer hat Vita gesagt? Und wer ist Vita? Ich sag Vita. Hä? Sieht grad mega geleckt worden. Wie kann man hier drauf, ohne zu sterben? Leute, es fliegt jetzt gleich ein... Sicher? Ja. Crop durch die Gegend. Also im Normalfall hast du sowieso genug Zeit, wieder an die Leiter zu springen, wenn du nicht schaust. Ui. Mal wieder runter. Du bist Fisk. Wenn ich jetzt sterbe... Oster wollte den Detective töten. Ne, du hättest dich auch töten können. Ich denke, du hast ihn in eine andere Richtung geworfen. Das ist richtig. Ich hätte nichts sagen müssen. Cool. Und jetzt von hier hinten Goro bei. Ich bin echt unsichtbar. Oh, hä? Ach da. Ne, Fias. Hallo. Hallo, nicht ans Fenster. Tau, Tau. Goro, knall dich gleich ab. Hinter dir. Nein, ich will... Ich will hören, was er macht. Wenn ich tot bin, ist es nichts gewesen. Jetzt hat Grants ja schon kaputt gemacht. Jetzt schieße ich Grants ab. Ja, schieße Grants ab. Probier dich da. Oh, Boss da. Was denn? Goro wollte mich abknallen. Nee, du wolltest mich abknallen. Nee, 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 du Lümmel. Du Lümmel. Du Lümmel. Du Lümmel. Du Lümmel. Vita will mal was anhängen. Du Lümmel, Mann, du Lümmel. Grants hält's am Lümmel. Ich will den Kind anhängen. Ich hab überhaupt nicht Lümmel gesagt. Ihr seid alles Lümmel. Check the tapes. Ey, Grants macht die Tür wieder auf. Du Lümmel. Oh! Ey, was denn? Goro ist es, Freunde? Ja, was ist mit Goro passiert? Ich sag's doch. Goro ist es, Freunde. Jetzt sagst du Freunde, weißt du? Ich wurde angeschossen, Gio. Echt? Äh, Insie vom Detektiv. Ich wurde auch angeschossen, Gio. Ja. Am besten, ihr duäliert euch beide und dann ist er... Oh, Ardorch. Ratsch. Die Zauber. Da bin ich gerade weggegangen. Alter, Detective, du hast den Bug aus mir jetzt gerade voll erschrocken. Ja. Boah. Willst du auf mich Schieners hin? Verdammt, die Leichnen sind weg. Du hast mich zielst, ich war anders hinzielen. Es hat aber... Okay, Dado kannte ich mich auch nicht, ich bin unsichtbar. Nee, vielleicht ne. Vielleicht ne. Oro und ein Detektiv hat's erwischt. Ist Dadoch denn jetzt schon tot, oder? Vielleicht sind sie gerade alle weggegangen. Nee, der deckt euch noch. Wir wissen's halt leider nicht. Boah, schreck mich nicht so. Also ich geh mal davon aus. Dadoch, auf wen schießt du? Auf Dadoch. Wo ist er? Hinterm Haus, ganz hinten am Strand. Heilige. Hau da noch was raus, der Bangle. Du wirst übrigens spectated von einem Detektiv. Ja, der will ja was für seine Aufnahme haben. Krabs tanzt. Ey, womit schmeißt du da? Ich schmeiß nicht, das ist auch nur Detektiv. Ist Kuntran der letzte Traitor? Peter erzielt auf mich die ganze Zeit. Der nervt sich nämlich nicht. Nämlich kam mit einer Sniper Rifle dem Strand. Das ist Krabs, okay. Du hattest kurz vorhin gekimpert. Wer ist der zweite Traitor denn, Anne? Oh, ich dachte, es wäre schon jemand tot. Ja, Dadoch, aber... Ich dachte, es wäre noch ein anderer Traitor. Ach, die Katete? Hier läuft Vita... Jetzt kam von da nicht. Guck mal, ich muss weg, da hinten sind Leute. Was ist das denn für ein Hut? Hä? Der Detektiv fliegt hier wieder rum. Hä? Moment, der fliegende Hut ist der Detektiv? Ja, das ist ein Bug. Ja. Ah, okay. Der war, glaube ich, bei jedem schon tatsächlich. Dado, lebst du noch? Probiert ihn. Das kommt drauf an, wo der Detektiv gerade zuschaut. Bei dem ist auch der Hut. Aber wir standen gerade... Der hüpft hier rum. Ja, wenn du noch einen Dado siehst, musst du ihn abschießen. Na, Vita? Detektiv, geh weg! Ja. Krabs sieht mich auch nicht. Ich bin unsichtbar. Komm, gerade überall, wo ich hingehe, ist Kundran und sich. Ich glaube, es ist Tautau. Alter, ich habe auch Dadoch mitgeschossen. Kann das jemand bezeugen? Dado, der was tot ist. Außerdem habe ich ihn confirmed. Ja, du hast dir die Punkte geholt, wahrscheinlich von ihm. Ja, 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 ja. Wo sind denn die anderen Leichenhalle? Loll, was ist das? In der Leichenhalle. Jetzt schaut, na, Tautau ist wieder raus, okay? Tautau ist hier bei mir? Ja. Oh, Nils, Hallohchen. Wer lebt überhaupt noch? Ich. Vita lief da hinten dran, Kundran. Tauber auf mich, die ist am Baum abgeprallt. Vita, wo du? Ja, wie wüsst du doch, dass es Vita ist? Spielt keine Rolle, der ist eh gleich tot. Wo ist denn Vita? Ach, wegen, wegen, hey. Wieso denn jetzt schon wieder? Ich, nur weil es eine Taube war? Ja. Da steht im Chat, das ist dir klar, ne? Nein. Da hinten ist er. Ganz hinten. Nein. Ah, es ist gut Gaming auch. Oh mein Gott, ey. Alter, Niki. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.